1994 verschwand die Tochter des Schlagerduos Albano und Romina Power. Nun könnte eine neue Spur Aufschluss auf den Verbleib ihrer Tochter geben. Albano, 81, und Romina Power, 72, haben im Schlager große Erfolge gefeiert. Doch ihr Privatleben wird von einer Tragödie überschattet. Denn seit 1994 gilt ihre Tochter Ilenia als vermisst. Nun hat ein Ermittler eine neue Spur. Ein DNA-Test soll Gewissheit bringen, ob er die vor 30 Jahren verschollene Tochter gefunden hat. Fahnder behauptet Vermisste gefunden zu haben. Tochter Ilenia wäre heute 53 Jahre alt. Seit 30 Jahren fragen sich die Schlagerstars, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Nun könnte es neue Hinweise geben, ein Privatdetektiv behauptet, dass er Ilenia in den USA gefunden habe, wie Schlager.de berichtet. Dort war die junge Frau im Januar 1994 spurlos verschwunden. Der frühere Polizist hingegen ist sich sicher, behauptet, die von ihm gefundene Frau habe Ähnlichkeit mit der Vermissten. Jetzt muss offiziell festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um Ilenia handelt. Sollte die Frau die Abstammung vom Schlagerduo bestreiten, könnte ein DNA-Test endgültige Klarheit bringen. Albano ließ seine Tochter für tot erklären. Ilenia war selbst ein TV-Star im italienischen Fernsehen. Die älteste Tochter von Albano und Romina Power verschwand spurlos. Immer wieder gab es Gerüchte, dass die Frau noch lebt. Auch für ihre Mutter ist dem so. In unregelmäßigen Abständen gedenkt sie ihrer Tochter in den sozialen Medien. Albano hingegen vermutet, dass Ilenia selbst Mord begangen haben soll. Bestätigt wurde diese Theorie allerdings nie. 2014 veranlasste der Sänger, dass ein italienisches Gericht seine Tochter offiziell für tot erklärt.